Im Verlauf der Erdgeschichte glicht das Klima einer Achterbahnfahrt. Die Fieberkurve unseres Planeten zeigt die globalen Temperaturschwankungen bis heute. Rekonstruiert anhand von historischen Klimadaten. Vor 10.000 Jahren pendelte sich die Temperatur auf ein bemerkenswert stabiles Niveau ein. Mit der Industrialisierung und der damit einhergehenden massenhaften Emission von Treibhausgasen beendete der Mensch diesen Zustand. Und seit dem Jahr 2010 steigt das Thermometer stärker an als je zuvor in der Menschheitsgeschichte.